Unsere Obstverkäuferin schenkt uns zwei Kokosnüsse zum Abschied, denn heute ist unser letzter Tag am Napoli Beach. Um für unsere Rückkehr nach Yangon hübsch zu sein, hat Doris nochmal einen Friseurtermin. Natürlich begleiten uns wieder Marjwe Sin und Kampan Pugh. Wie immer hat Marjwe Sin ein Auge auf Doris und achtet darauf, dass alles ordentlich abläuft. Bei einem kleinen Stand gegenüber des Friseursalons holt Marjwe Sin einen kleinen Snack, damit ich nicht verhungere in der Zwischenzeit. Die Friseusen kennen mittlerweile Doris Wünsche und setzen alles entsprechend um. Beim Kochen hat sich Marjwe Sin leider den Arm mit heißem Öl verbrannt. Also besuchen wir den Arzt, der sich gleich gegenüber des Friseursalons befindet. Schnell sind die passenden Medikamente gekauft. Der Arzt von Yapin verkauft gerade sein Haus um stolze 350.000 Dollar. Der Arzt wird nach Yangon übersiedeln, um seinen Sohn dort bessere Schulen bieten zu können. Wir sind nun zurück in unserer Villa und bewundern ein letztes Mal den Sonnenuntergang am Napali Beach. Heute Abend sind wir von Kulé und Marjwe Sin in ihrem Restaurant im Golden Sea zu einem traditionellen Abendessen eingeladen. Es gibt typisches Rakain-Essen, aber Marjwe Sin und Kulé haben auch darauf Rücksicht genommen, was Doris und ich bevorzugt essen und servieren dies ebenso. So nebenbei erwähnt Doris, dass sie heuer nirgends Eiercurry bekommen hat und auch hier im Golden Sea steht es nicht auf der Speisekarte. Also holt Marjwe Sin Doris kurzerhand zu sich in die Küche und zeigt ihr, wie man Eiercurry zubereitet. Was für ein schönes Abschiedsgeschenk. Okay. Little? Yes. Okay. It is. Zwiebeln ist drinnen, ginger und Kalle. Little ginger, two small Kalle, two onions. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 10. 10. 11. Was ist Zucker? Was? Was? Fisch, oder? Das ist Fisch. Das ist Fisch. Das ist Fisch. Das ist Fisch. Was war das? Fisch. Für Thailand. Was war der Deutschland? Ja, also diekanel 관zen digital ist. Die shallen ist D Dasselijin, ist Beng. Da war er wegen des We perpetsectionen. Mans"? Man. Fisch. Man. Eigentlich hat sich rein. Das wesen? Fisch? Das ist nicht Și. Das sind zwei Sojasoßen drin. Es ist nicht heiß. Nein, es ist heiß. Nein, es ist heiß. Es ist sehr gut. Es ist heiß hier nebenbei. Aber es ist nicht süß. Ich würde es nicht süß. Ich würde es nicht süß. Ich würde es nicht süß. Es ist nicht süß. Es ist wie romantisch. Es ist sehr gut. Wenn du willst. Es ist heiß hier. Es ist heiß hier. Du musst in einer heißen Kuchen arbeiten. Wenige Minuten später kann Dorves das Endergebnis verschlingen. Es ist nicht süß. Chilli ist nicht süß. Wir brauchen es für die Farbe. Nur für die Farbe. Chilli ist süß. Mal haben sie vor wie es zu essen lassen und sperren. Es war so was also ... Kochan und Ausataten.